Wir würden halt in der Serie die Corona-Zeit mit einbeziehen. Und dann würde Mutter Beimer etwas kochen, was das Immunsystem stärkt. Wir haben ja Corona-Zeiten, weil wir immer sehr aktuell geworden sind. Und da müsste ich natürlich auch meine Maske aufsetzen. Das ist ja ganz klar. Vor allen Dingen, wenn man dann die Küche verlässt. Aber ich glaube, es würde die ganze Sache erschweren. Ja, wir haben geendet mit 1758 und man könnte jederzeit wieder anknüpfen. Helga Beimer hat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Die Großmama wäre für alle da, würde sie um den Küchentisch versammeln und wir könnten durchaus also die Geschichten weitererzählen. Aber wir sind in der Realität. Es ist halt so jetzt. Ja.